Das lange Warten der Dresdner Fans und der Mannschaft, der Volleyballerin des DSC, hatte endlich ein Ende. Nach dem Pokalsieg gegen Stuttgart und kurzem Restprogramm in der Bundesliga hatten die Schmetterlinge um Trainer Alexander Weibel ein paar verdiente Tage frei. Und die sind im Profi-Leistungssport oft gar nicht so gut. Letzten Endes haben wir natürlich jetzt nach dem Pokalsieg und den danach zwei schwierigen, wichtigen Aufgaben noch in der Bundesliga, dann erstmal vier Tage Pause gemacht und da hat man schon gemerkt, dass einige Mädels dann auch, so wie ich, Krankheiten entwickelt haben. Schwabi ist bis heute noch wirklich richtig unfit und durfte nicht mal in die Halle kommen, weil es immer noch ansteckend ist. Und da gab es mehrere Spieler, die eben das mit sich rumgeschleppt haben. Michel hat die halbe Woche nicht trainieren können und da sind ein paar angeschlagen. Und das ist ein bisschen typisch nach solchen Belastungen immer und ich muss jetzt eben schauen, dass man den Pegel nicht zu früh, zu hoch hat, aber auch nicht zu niedrig irgendwie. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Mannschaft sowie Betreuerteam standen pünktlich zum Auftakt der Playoffs gegen den Köpenicker SC fit und bestens eingestellt auf dem Feld. Die Gastgeberinnen hatten vor über 2.800 Zuschauern in der Dresdner Margon-Arena anfangs ein wenig Probleme, ihren gewohnten Spielrhythmus zu finden. Bis zur Mitte des ersten Satzes legten sie meist nur 2 Punkte gegen die Gäste vor. Dann folgte aber ein Hoch im Spiel und der verdiente Satzgewinn mit 25 zu 19 war der Lohn. Den zweiten Satz begannen die heimischen Schmetterlinge dann deutlich konzentrierter. Zwar immer noch nicht im absoluten Eiltempo, bestimmten sie aber trotzdem das Spiel klar. Auffällig nur, dass Trainer Alexander Weibel auch in diesem sowie im folgenden Satz und eigentlich grundsätzlich in diesem Spiel immer auf dieselben Spielerinnen baute und auf Wechsel komplett verzichtete. Das macht man ja auch nicht, außer im Freizeitbereich. Also wenn eine Mannschaft gut spielt, dann gibt es keinen Grund zu wechseln. Und warum soll ich dann irgendwie wie wild durchwechseln, in der Hoffnung, dass dann der Rhythmus verloren geht. Man wechselt dann, wenn es taktisch sinnvoll ist und wenn es eingreifert, hochprozentig killen, dann macht es keinen Sinn, Wechsel vorzunehmen. Diejenigen, die spielten, taten jedenfalls genau das, was sie sollten. Im zweiten Spielabschnitt dominierten die Dresdner Schmetterlinge von Beginn an das Geschehen. In allen Belangen überlegen, ließen sie den Berlinerinnen kaum eine Chance, wohingegen sich der Bundesliga vor Runden achte viele Unkonzentriertheiten und leichte Fehler leistete. Nach nur 21 Minuten entschieden die Dresdnerinnen diesen Satz deutlich mit 25 zu 12 für sich. Beinahe schon perfekt das Spiel und das weckt natürlich Erwartungen für die Zukunft. Ja, unser Ziel ist wieder eine Meisterschaft. Ich weiß nicht, wie es ein anderes Spiel war, wie es heute war. Aber ja, wir hoffen, dass dann gute Halbfinale und dann wir sind im Finale und noch eine Meisterschaft. Bis zum Titelgewinn ist es für Christina Mikalenko an diesem Abend noch zur wertvollsten Spielerin der Partie gewählt, aber noch ein langer, beschwerlicher Weg. Auch im dritten Durchgang dominierte der Titelverteidiger ganz klar die Szene auf dem Feld. Dem variablen und nun auch sehr sicheren Spiel über beide Angriffsseiten und einem guten Block hatten die Köpenickerinnen nunmehr wenig entgegenzusetzen. Nach nur 68 Minuten verwandelte Christina Mikalenko den dritten Matchball zum 25 zu 18 Endstand und damit zum klaren und verdienten 3 zu 0 Sieg in der Serie Best of Three. Doch kein Grund zu übergroßer Euphorie. Wir mussten konzentriert dahin gehen. Ich erinnere mich noch an das letzte Spiel in Köpenick und das war echt ein schweres Spiel für uns. Also ja, wir mussten einfach konzentriert weitergehen. Ein Selbstläufer wird dies aber nicht. In den vergangenen Jahren gegen Suhl und Wils-Biburg gerieten die Weibeldamen immer wieder in Gefahr, bereits frühzeitig aus der Endrunde auszuscheiden. Zweimal folgte der Titel. Dennoch mahnt der Chefcoach trotz einer guten Leistung in diesem Spiel die seien vor der Partie beim Auswärtsspiel am Karsamstag in Köpenick. Für uns ist es natürlich in Köpenick auch nicht ganz leicht, weil das ein Spiel ist, das wir in der Regel immer eigentlich am gleichen Tag anreißen. Das heißt, man hat auch nicht so das gewohnte Training dort. Und ja, da haben wir schon einige enge Matches gehabt und das erwarte ich jetzt auch für den kommenden Samstag. Die Volleyballfrauen des Dresdner SC haben also zum Auftakt der Playoffs ihre Pflichtaufgabe mit Bravour erfüllt. Mit einer ähnlichen Leistung in Berlin sollte den Dresdner Schmetterling trotz aller Mahnungen der Schritt ins Halbfinale nicht mehr zu nehmen sein.